Guten Abend meine Lieben, ich bin gerade in meine Garderobe gekommen, hier an der Metropolitan Opera in der Pornoreihe 17 und ja, es war ein berauschender Abend, wie ihr seht, ich heute hier als AIDA, ja, es ist eine meiner Traumpartien. Doch mittlerweile muss man sagen, gebe ich ja offen und ehrlich zu, das OEC war heute wieder ein wenig zu tief und danach konnte ich nicht mehr so, wie ich wollte und dann mussten wir wieder transponieren. Also ich glaube, die Metropolitan Opera gibt nun langsam mehr Geld fürs Transponieren aus als für Gagen. Deswegen laufen auch meine Verträge aus und ich muss demnächst wieder zum Amt, zu meiner Beraterin Fräulein Schneider, die mich wieder in die harten Regeln des Hartz-IV-Satzes einführen würde. Nun gut, aber noch sind es ein paar Vorstellungen, die ich auch gerne transponiert und in Basslage singe und ich wollte euch nur einen kleinen, kleinen, kleinen Gruß senden, weil so schnell wird man mich in dieser Partie nicht mehr erleben. Ich danke euch nochmal recht herzlich für all euren Support, für all eure Boos heute Abend. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich bin gerne, gerne Aida und auch eure Tante Wu. Bis bald wieder aus der Pornoreihe 17. Ciao Kinders!